Musik So, hallo ihr Lieben! Heute gibt es nochmal ein Video in der lustigen Pose neben der Tür von mir, weil mein Akku leer ist und ich die Kamera an der Steckdose festmachen musste und ich deswegen nicht auf meinem gewohnten Platz sitzen kann. Was aber egal ist. Ich hatte vor ein paar Wochen Geburtstag und habe zwei Bücher geschenkt bekommen, die ich schon hatte, die ich aber relativ gut finde. Einmal das Buch Ökologischer Haushaltsreiniger, selbst gemacht. Sieht so aus. Ist noch original verpackt. Hier steht auch, die veganen Rezepte sind stets einfach gehalten, sodass sie jeder einfach nachmachen kann. Und so weiter und so weiter. Eine Liste ätherischer Öle und deren Wirkung gegen Bakterien, Viren und Pilze macht ihnen ihre persönliche Zusammenstellung leicht. Genau, da geht es einfach darum, dass man sich die Haushaltsreiniger nicht unbedingt kaufen muss mit Chemie und weiß ich nicht, was da alles drin ist, sondern dass man sie mit einfachen Haushaltsmitteln, mit Waschsoda, mit Natron, mit Essig, mit ätherischen Ölen wirklich einfach selber machen kann. Und ich habe das Kochbuch La Veganista, also ein veganes Kochbuch, habe ich auch geschenkt bekommen. Das hatte ich allerdings auch schon. Und ich würde euch jetzt die Möglichkeit geben, dass ihr diese Bücher von mir geschenkt bekommt. Und ich werde auslosen. Ihr müsst nur in die Kommentare schreiben, welches ihr wollt. Entweder La Veganista für das Kochbuch oder ökologische Haushaltsreiniger. Dann würde ich euch auslosen und dann könntet ihr diese Bücher von mir geschenkt bekommen. Weil ich kann mit Doppelbüchern nicht unbedingt was anfangen. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Genau. Also, wer Lust drauf hat, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. La Veganista oder ökologischer Haushaltsreiniger. Wenn ihr beides wollt, könnt ihr euch für beides eintragen. Ich werde aber nicht an einen, zwei Bücher verlosen. Wenn also einer beide Bücher bekommen würde, dann werde ich beim zweiten Mal nochmal würfeln praktisch, damit nicht einer zwei Bücher bekommt und alle anderen leer ausgehen. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, schreibt es ungefähr. Ja, was machen wir denn? Sieben Tage sind, glaube ich, ganz gut. In sieben Tagen werde ich dann auswürfeln, wer die Bücher bekommt. Genau. Und ich werde euch dann anschreiben. Ist auch ganz wichtig, damit ihr mir natürlich eure Adresse zukommen lassen könnt. Okay. Also, viel Glück und viel Spaß. Und bis bald. Ciao. Ciao.